Kein Axel, der bei ihm ist. Xion hat er ja weggeschickt. Okay, 40 XP und ich hab den Entschlussring gekriegt. Den ich noch gar nicht drauf tun kann, weil ich kein freies Feld hab. Das Ende der Stille. Ich könnte ja schon spoilern, ne? Aber ich lass es. Oh ne, das ist ein Wichtigtum. Es ist doch gleich hundertmal schöner, hab ich recht. Wichtigtum? Von wem redest du? Ja, das Dreamteam, das zum Schloss an das Empfangs gegangen ist. Mann, traumhaft. Endlich sind sie weg. Oh. Schade, dass du und Schätzchen kaum Zeit mit ihnen verbracht habt. Ja, jetzt fragt er sich, wer Schätzchen ist. Xion natürlich. Wer sonst kleiner? Nenn mich nicht kleiner. Roxas, geh an die Arbeit. Ja, der Mann kann sich klar ausdrücken. Na gut. Ich guck mal, ob ich den Ring irgendwo unterbringen kann. Okay, Ring untergebracht. Nein, keine Holomission. Ich gehe wieder mit Xion an die Arbeit. Besiege die Deserteure. Oh ja, das sind ganz lustige kleine Viecher. Die Aufgabe geht hoffentlich schnell weg. Oh, ich muss unterbrechen. Da ist was Dringendes dazwischen gekommen. Bin gleich wieder da. So, sorry für die Unterbrechung. Ich musste eben kurz wohin. Dabei habe ich mich dann auch schön gestärkt und jetzt geht's weiter. Okay. Das sind diese, das sind die Deserteure. Verfu, verflucht schnelle grüne Klappersoldaten. Schieße mit Feuer drauf, das hier ist ein bisschen intern. Oh ja, und wenn einer getroffen würde, werden sie in der Gassi. Klappersoldaten in Rage-Mode. Klappersoldaten in Rage-Mode. Und Xion rührt wieder kein Finger. Den habe ich sauberes gegeben. Er muss nochmal woanders hin. Äh, Roxas. Hä? Was hast du gesagt? Du heißt doch, Roxas, oder? Ja, Xion. Stimmt genau. Sie geht. Und Roxas erinnert sich daran, wie er seine Namen gekriegt hat. Und nun sitzt er da wieder auf dem Turm. Mein Name war das Erste, was sie jemals gesagt hat. Nein, war's nicht, du Homo. Sie war auch mit Demix und Zickbar am Labern. Vorhin, vor der Mission. Und wir haben die Experten-Mode Plus gekriegt. Die Waffe ist ein bisschen besser als die erste Experten-Mode. Morgen, Xion. Pünktchen, Pünktchen. Ähm. Ist irgendwas? Was? Guten Morgen, Roxas. Beendet eure Vorbereitungen so schnell wie möglich. Ein riesiger Herzloser muss ausgelöscht werden. Ja, ein riesiger Herzloser. Da war wieder ein Tutorium, wie ich irgendwelche anderen Einheiten mit meinen Waffentafeln verbinde, wenn die Waffentafel mehr als zwei Felder einnimmt. Und wieder muss ich unordnen. Ich hab immer noch keine neuen Felder Falken gekriegt. Aber irgendwas zum Verbinden hab ich noch nicht. Egal. Wir haben jetzt Schmerzlos Plus. Vielleicht können wir jetzt Y-Kombos machen. Das passiert manchmal. Man kriegt eine Waffe und mit in der Combo kann man dann Y drücken. Das wird einem dann noch angezeigt. Und wenn du arbeitest, erst im Etafeln darfst du installieren. Juhu, ich krieg Feldfreigeber. Besiege den Schattenborn. Oh ja. Das ist der erste Herzloser, den man in einem Kingdom Hearts-Spiel überhaupt entdeckt hat. Das ist nämlich der, den Zora am Ort des Erwachens kaputt gemacht hat und als seine Insel auseinandergeflogen ist. Oxas. Ui. Viel Glück heute. Danke. Dir auch, Xion. Schön, ich muss gar nicht lange suchen. Ich weiß, wo der ist. Am Bahnhofsplatz. Dann lässt er mit kleinen Y kommen. Aber stärker ist er auf jeden Fall. We are on fire. We are burning. Ich brenne. Schon wieder. Ja. Und sie macht schon etwas mehr. Okay. Okay, auf geht's zum Boss. Zum Schattenborn. Was ist das? Unser Ziel. Bist du bereit? Ja. Wag me. Bist du bereit? Ich lade. Was.